Kurz vor dem Start des Crowdfundings haben wir mit der Berufs- und zugezogenen Wirtschaftsprüferin noch einmal die Evolution besucht. Dabei lässt sich die Wirtschaftsprüferin vom Geschäftsführer Mitelli die Abläufe erklären, das Produkt präsentieren und auch darstellen, was man denn mit dem Geld, das man am Verkauf der YouCover im Zuge des Crowdfundings bekommt, machen will, nämlich das Werk ausbauen. Es war aus meiner Sicht ein sehr guter Termin.